Willst du mal? Dann kann ich mir die vielleicht später mal nehmen. So. Die Stäbe kann sie eigentlich mal behalten. Aber die sind alle verbraucht, also bringt ihr das glaube ich nicht so viel. Naja. So, die Sachen hat sie alle an. Na mal los. Verkaufe ich immer hier die ganzen Sachen? Äh. Waffen. Was habe ich zu verkaufen? Hä? Habe ich hier nicht gerade eben Waffen abgenommen? Ach, wahrscheinlich die Waffen, die ich hier nicht verkaufen kann. Na super. Aber... Achso, ne, Waffen war ich hier gerade. Ähm. Elfenschild. Fellpilzhandschuhe. Stiefel. Äh. Das kann ich mir kaufen. Das... Die Wolfsrüstung ist ja nicht so gut. So. Jetzt schauen wir mal noch, was die verkäuft. Oh, 26 Eisenbahnen. Schön. Lederstreifen kann ich auch gebrauchen. Da kann ich gleich noch ein bisschen schmieden gehen. Vergesst nicht auf drinnen reinzuschauen, falls sie etwas braucht. So. Ähm. Eisendolche. Ja. Ja. So. Ein paar Eisendolche gespammt. Ich helfe meinem Vater. Dann sollte ich ja bald Level 80 erreichen können. Ähm. Hm, 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 hm. Waffen verkaufen. Eisendolche. So. So. Der hat immer noch zu. Dann würde ich sagen, warten wir mal bis zum nächsten Tag. So. Das sollte reichen. Bin ich mal gespannt, ob der gleich auf hat. Wäre doof, wenn nicht. Hm. Vielleicht kann ich dann auch noch ein paar, ähm, äh, äh, Eisendolche spammen. Immer noch zu. Was ist das denn? Mann. Warum hat der denn zu? Warte, noch ein paar Stunden. So. Und jetzt? Oh, ist er da auf? Wir haben kleine und große Waffen, Streitkolben, Dolche, so. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Hm. Sonstiges. Eisenbarren. Ja. So. Das ist schön mit euch, Geschäfte zu machen. Äh. Verkauft hab ich, glaub ich, alles, was ich hier verkaufen kann, ne? Waffen. Ja, hier waren nur die Stäbe. Die kann ich ja hier nicht verkaufen. Huch. So. Dann spammen wir hier mal noch ein paar, äh, Eisendolche. So, nicht mehr lang. Ich hab Level, äh, 70 erreicht. Äh, 80. Hier ist ein Eisendolch. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Das war ja lustig. So. Vergesst nicht auf drinnen rein. Äh, Level Up hab ich keins bekommen. Schauen, falls ihr etwas braucht. Ähm. Was wollte ich jetzt machen? Wie viel Gewicht hab ich eigentlich? Ach ja, das passt schon. So, ähm. Quests. Ermorde den Anführer der Silberhand. Joa. Dann machen wir doch mal das. Würde ich sagen. Wo muss ich denn da hin? Ähm. Hier oben. Festung Düsterhammer. Reise ich mal da in die Nähe. Jetzt hab ich hier noch ein bisschen Hilfe. Und, joa. Ähm. Da ist mein Pferd. Mach geradeaus und dann links. So. Da ist es doch schon. Bin ich ja auch schon gleich da. Ging ja doch relativ schnell hinzukommen. So. Bin ich mal gespannt, wie das ist, den, äh. Uh. Das war knapp. Äh. Den Typen da kalt zu machen. Sollte hier theoretisch nicht so einfach sein. Wenn er der Anführer der Silberhand ist. Ich lasse aber mein Pferd lieber mal hier. So. Hier muss ich gar nicht hin. Oh. Huch. Tja. So viel zum Thema. Keinen Kompass haben. Hey. Muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Mann, Mann, Mann. So. Aber in diese Richtung muss ich auf jeden Fall. Ach. Da ist ja auch Lydia. Ja, das ist echt ein bisschen doof ohne Kompass, muss ich sagen. Aber hier muss ich, glaube ich, auch hin, ne? Oh ja. Aber wie komme ich da hoch? Äh. Höh. Ah. Hier ist ja noch ein Drache aufgetaucht. Lol. Reicht denn nicht, dass wir hier die Leute alle umbringen müssen? Nein. Drache. So. Als allererstes werde ich mir aber mal den Drachen kaufen. Hallo, Drache? Ach, da. Drache? Hallo. Oh, das ist ja ein grüßes Drache. Das war hell. Drache? Alter, geht der jetzt erstmal auf die Tiere, oder ist das? Ihr sterbt noch heute, Drache. Oh nö, nicht abhauen. Der geht wohl erstmal auf die Tiere los. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh. Höh? Was war denn das? Wieso ist der denn wieder runtergekommen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ist ja auch lustig. So. Ähm. Erstmal hier den Drachen ausnehmen. Und dann machen wir uns auf den... Ey, was ist denn? Pferd? Wehe, das Pferd schiert. Dann machen wir uns jetzt mal auf, den, ähm... Anführer der Drachen. Ach, der, der Silberhand zu töten. Da würde ich schon sagen, das ist ja nur noch ein Gegner. Au. Au. Boah, dieses Geruckel halt fängt jetzt schon wieder an. Hat voll. Ähm. Ich hab gedacht, ich hätte das gelöst mit dem Ruckeln und sowas aber auch. Höh. Und ich hab doch so wenig Zeit. Ich kann doch jetzt mein System nicht neu aufsetzen. Mann, Mann, Mann. So. Hier müssten ja die Silberhände sein. Wahrscheinlich hier drin. Oder auch nicht. Erstmal speichern. Ach, da oben muss ich rein. Da komm ich. Hier hin. Äh. Hier. Ich frag mich, warum da unten die Tür zugeschlossen ist. Oh. Was? Hö? Lassen wir die Spielchen. Nicht so schnell. Das war ja jetzt einfach. Hehehe. Hallo, Anführer. Hehehe. Ähm. Was ist das? Oh. Das könnte ich ja der Lydia geben. Hier noch irgendwas. Heiltränke. Aber ansonsten nichts. Vielleicht in seinem Büro. Schuppenhelm. Oh, die Ade. Dann kann man wieder verkaufen. Sehr schön. So, dir gebe ich jetzt mal diesen Stab. Ähm. Ihr seid mein Tane. Also bin ich euch zu Dienst ver... Das wollte ich. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Waffen. Ähm. Den Stab. Ne, wollte ich ihr geben. So. Ihr geht vor. Ich habe gerade noch die Waffen equippen. Folge. Dann gehen wir am besten nochmal nach unten. Wo die verschlossene Tür war. Da muss es ja irgendwas geben. Sonst wäre es ja nicht verschlossen, würde ich mal sagen. Vor allem haben wir jetzt auch den Schlüssel bekommen. Ich hoffe mal, hier ist irgendwas. Speichern. Was war das? Geh drüben. Ist das wohl eine Silbermine oder so irgendwie? Hö? Renn bitte nicht... Renn bitte nicht vor mich, Lydia. So einfach ist das. Also die Silber... Ähm... Hand ist ja jetzt nicht so der Gegner gewesen, muss ich sagen. Frag ich mich, warum die so einen Schiss vor denen hatten. Das hier noch? Die ist so blöd, ey. Jetzt stirbt sie an den Steinen, weil sie dagegen läuft. Oh Mann. Hier ist nichts mehr, oder? Ne. Nur Eisenader. Nö, bin ich zu faul für. Aber den Kanitsstein nehme ich mit. Alter, ist hier zu blöd, um gerade auszulaufen, ohne gegen Steinen dagegen zu kommen. Mann, Mann, Mann. Ja, aber zum Schürfen bin ich jetzt ein wenig zu faul. Das dauert mir zu lang, da kaufe ich es mir lieber. Ich habe ja eh genug Geld. Von daher war es schon, ne? So, wo müssen wir jetzt hin? Ähm... Ah, hier. Wieder zu den Gefährten zurück. Ja. Hopp, hopp, hopp. Schnell hinsprinten. Ich bin echt so froh, dass es die Schnellreisefunktion gibt. Ich hätte keine Lust, jedes Mal den kompletten Weg laufen zu müssen. Mann, Mann, Mann. die Zifahrzeuge. Ich bin echt so froh, Ich bin echt so froh.